Hast du dir gerade ein paar Knarren gebaugt? Oder hast du dir einen nagelneuen Revolver besorgt? Kriegst du immer eine Axt oder einen Spasen? Dann träumst du heimlich sogar von Handgranaten. Du hättest gerne Bomben und natürlich Kanonen. Die richtest du auf Häuser, wo Leute trifft, wohnen. Wie ein Schuss, da ein Schuss, Alter, das summiert sich. Am besten holst du dir gleich eine AK-7 und fertig. Lass die Leute leben und bring sie nicht alle um. Diese Menschen sind auch unser Publikum. Wenn du sie alle umbringst, ja, dann sind sie tot. Dann gibt es unsere Platte im Sonderangebot. Darin glaub ich, was Menschen töten ist, Sünde. Doch glaub mir, Kumpel, ich hab wirklich meine Gründe. Menschen nerven, darum kriegen sie Keile. Menschen nerven noch mehr als gerade seine. Ich hacke ihre Beine ab und werf sie in die Temse. Es gibt keinen Menschen, für den ich bremse. Immer diese Menschen, die schlüpfen von den Säugern. Es redet draußen doch keiner von den Schlagzeugern. Menschen müssen sterben, alle Menschen, die sind dran. Menschen müssen sterben, damit ich leben kann. Menschen müssen sterben, sonst sind sie niemals still. Menschen müssen sterben, Baby, kill, kill, kill. Aber Leichen kannst du nicht mit Lebenden vergleichen. Sie sind sehr schwer zu erreichen. Das sind diese Bleichen, die nur reichen, um die Wand damit zu streichen.